Mit dem Verlust von den beiden Eigengewächsen Dingchi und Voltemade verliert man bei Werder Bremen zwei junge Spieler, um die man in der Zukunft ein Team hätte aufbauen können, einmal aus sportlicher Sicht, weil sie wirklich großes Potenzial haben und sich noch entwickeln werden, andererseits aber auch aus Identifikationssicht, da beide aus Bremen kommen und auch die Jugend von Werder durchlaufen haben. Aufgrund dieser Abgänge und auch der Punkteausbeute bzw. der Form der Mannschaft, die zuletzt wieder abgeflacht ist und nicht mehr allzu gut war, machen sich jetzt einige Bremen-Fans so ein bisschen Sorgen um die Zukunft, deswegen dachte ich mir, mache ich ein Transfervorschläge-Video, in dem ich drei Spieler mitgebracht habe, die Bremen im Sommer potenziell und realistisch verstärken könnten. Zunächst einmal muss man festhalten, dass die Wechsel von Voltemade zu Stuttgart und Dingchi zu Freiburg schon so ein bisschen exemplarisch dafür sind, dass bei Bremen vielleicht so ein bisschen die nötige Perspektive für solche jungen Spieler fehlt, dass sie ihre eigene Entwicklung eben bei anderen Vereinen besser vonstatten gehen sehen, wie jetzt bei Bremen, obwohl sie sich eigentlich mit dem Verein identifizieren und das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen, zeigt aber auch so ein bisschen, dass sich die Nahrungskette für Transfers verschoben hat. Merkt man zum Beispiel am Dingchi-Transfer zu Freiburg, die früher eher Zweitligaspieler geholt haben, die holen jetzt einfach gute Bremen-Spieler, klar wegen der Ausstiegsklausel, aber allein, dass der Spieler das machen will, ist schon mal ein Zeichen und zeigt mir wiederum für die Vorschläge jetzt, dass man sich schon eher ein Regal weiter unten umschauen muss. Fangen wir mit dem ersten Spieler an und tatsächlich habe ich jemanden für das Mittelfeldzentrum mitgebracht. Viele sehen da vielleicht nicht unbedingt einen Bedarf, sondern eher in der Abwehr, aber in der Abwehr bist du quantitativ eigentlich gut besetzt und ich sehe da jetzt keinen unbedingten Bedarf. Im Mittelfeld wiederum fehlt für mich ein Bindeglied zwischen Abwehr und Offensive mit progressiven Passspiel. Das hat nämlich weder Stay noch Linen. Stay ist zwar schon auch progressiv, aber eher mit beiltragenden Läufen. Was das Passspiel angeht, sind beide solide, aber jetzt kein absolutes Top-Niveau und da habe ich mich jetzt mal nach Alternativen umgeschaut. Eigentlich wäre Adam Sorgan perfekt, aber der ist glaube ich zu teuer für Bremen. Ich habe da keinen Einblick in die Finanzen, aber kann mir vorstellen, dass man im Zentrum ohnehin keine allzu teure Lösung sucht, sondern da eher eine kostengünstigere Variante nimmt, einfach weil auch der Bedarf nicht allzu groß ist, da man ein funktionierendes Mittelfeld hat. Das wäre einfach nochmal eine Ergänzung mit einem Spieler, der nochmal ein anderes Profil reinbringt. Deshalb habe ich mich für Robin Häuser entschieden, der aktuell bei WN Wiesbaden in der zweiten Liga spielt und da individuell gesehen echt eine gute Saison spielt aktuell. Er ist zwar schon 25 Jahre alt, aber generell eher so ein bisschen ein Spätstarter, also hat schon auch noch Entwicklungspotenzial. Diese Saison ein Tor, sechs Vorlagen, das sind sehr gute Zahlen fürs zentrale Mittelfeld. Außerdem, wenn man bei FB Ref nach ähnlichen Spielern, also von den Statistiken und den Daten zu ihm schaut, dann ist auf Platz 2 der zweitähnlichste Spieler zu ihm tatsächlich Adam Sorgan, den ich ja gerade schon genannt habe, der ein bisschen zu teuer wäre wahrscheinlich. Und das ist tatsächlich Zufall, ich habe nicht geschaut, wer zu ihm ähnlich ist, aber auf jeden Fall interessant, denn das entspricht dem Profil, auch wenn sein progressives Passspiel jetzt nicht das allerbeste ist von den Daten. Man muss auch sagen, er spielt bei Wiesbaden. Das ist jetzt eine Mannschaft, die nicht unbedingt flach hinten raus spielt. Zudem, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich ihn nenne, er ist ablösefrei zu haben, sein Vertrag läuft aus. Dementsprechend ist er sehr kostengünstig, man kann da relativ wenig falsch machen. Man holt ihn einfach mal dazu, ein zusätzliches Profil im Mittelfeld, falls es funktioniert, gut, falls nicht, ist es auch nicht allzu schlimm. Aber ich muss sagen, ich träume den Schritt schon zu und es könnte auch durchaus funktionieren. Als nächstes fehlt noch ganz klar ein Stürmer, wie ich finde, nämlich einer, der ein klares Profil hat, nämlich ein Abschlussspieler zu sein, der schon auch eine körperliche Präsenz mitbringt und auch mal Bälle festmachen kann, aber der Fokus sollte schon darauf liegen, dass er die Chancen, die für ihn kreiert werden, auch nutzt. Denn du hast jetzt bei Bremen einige Spieler, die gut darin sind, um eine fixe 9 herumzuspielen. Zum Beispiel Dux, ein Chinma oder auch Maiko Grüll, der schon für den kommenden Sommer verpflichtet wurde und auch eher ein Linksaußen ist, auch als Stürmer spielen kann. Aber das sind halt alles nicht die klaren 9er, die man seit dem Füllkrugabgang nicht mehr hatte. Ist ja damals relativ zeitnah vor Transferstoß gegangen. Dann hat man mit Boree einen Transfer getätigt, den ich damals schon so ein bisschen kritisiert habe, da er halt das Profil von Füllkrug nicht wirklich ersetzt. Und das hat man über die ganze Saison bis jetzt noch nicht so wirklich geschafft. Deshalb würde ich das im kommenden Sommer angehen. Ich habe mal über ein paar Spieler nachgedacht, zum Beispiel Lukas Höhler. Das würde passen, da er aus der Nähe von Bremen kommt und schon ein realistischer Transfer wäre, wie ich finde. Weiß man nicht, wie es in Freiburg weitergeht, ohne Streich. Aber er füllt halt das Profil nicht wirklich. Er ist wirklich ein herausragender Stürmer. Aber genau das, was ich jetzt mit dem Abschluss als die Qualität herausgestellt habe, die man auf der Position braucht, das hat er halt eben nicht. Das ist nicht unbedingt seine Stärke. Andernfalls wäre ich noch von einem Ivan Bretaien überzeugt, der ja ebenfalls von Wiesbaden kommt. Fällt mir gerade auf. Der macht es wirklich überragend in der zweiten Liga für ein schwaches Team. Und ich würde ihm den Sprung in die erste Liga definitiv zutrauen. Habe ihn jetzt aber nicht genommen. Da man bei Bremen ja letzte Saison schon Kovnatski geholt hatte aus der zweiten Liga. Der da auch wirklich überzeugt hat. Und es hat nicht funktioniert. Deshalb wäre erneut so ein Transfer vielleicht nicht das Beste auf der Stürmerposition. Und deshalb gehen wir in die Niederlande, was den Stürmer betrifft. Und da habe ich mich auf Kai Sirus festgelegt. Der spielt aktuell bei Fortuna Sittard. Ist auch schon 25 Jahre alt. Hatte jetzt auch seine Breakout-Season. Kam beispielsweise aus der Ajax-Jugend. Ist interessanterweise in Athen geboren. Aber in Holland aufgewachsen. Und hat da auch für die Jugendnationalmannschaften gespielt. Er wäre mit einem Marktwert von 1,8 Millionen auch definitiv zu finanzieren. Passt aber auch ansonsten. Und ich traue es ihm auch von der Qualität her zu. Hat diese Saison 12 Tore erzielt. 3 vorbereitet in der Ehre-Divisi in der ersten Liga in Holland. Im Pokal auch noch 3 Tore. Und für ihn wäre es der zweite Schritt in eine Top-Liga. Hat schon mal für Stadras gespielt. Da hat es nicht ganz funktioniert. Da muss man aber auch sagen, er kam direkt von Ajax 2. Hat sich also in Holland noch nicht so wirklich bewiesen. Jetzt hat er sich in Holland bewiesen. Und könnte erneut einen Versuch in einer Top-Liga wagen. Mit Werder Bremen. Was ich auf jeden Fall sehr interessant fände. Denn er passt auch vom Profil genau zu dem, was ich vorhin ausgemacht habe. Er bekommt viele Chancen. Overperformt seine Expected Goals. Auch wenn er nur 1,80 Meter groß ist. Ist er auch Kopfballstark. Kann seinen Körper gut einbringen. Bälle festmachen. Und ist beispielsweise auch im Link-Up-Lay zu gebrauchen. Also er kann definitiv auch mitspielen. Ist jetzt nicht so, dass er keine Pässe an den Mann bringt. Ich meine, ich habe es ja vorhin gesagt. Der kommt aus der Ajax-Jugend. Dementsprechend ist er technisch auf jeden Fall sehr gut ausgebildet. Wäre also meiner Meinung nach die perfekte Option für den Sturm. Der stellt dann auch nicht direkt Ansprüche spielen zu müssen. Sondern kann auch erstmal von der Bank kommen. Und man kann schauen, ob es klappt. Aber ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen. Zudem kann er sich das öfteren auch mal fallen lassen. Und dann wirklich gute Bälle in die Tiefe spielen. Und wenn da dann gerade Spieler wie Dux oder vor allem Jinma einlaufen. Oder auch dann Krüll in der kommenden Saison. Dann könnte das echt gut funktionieren. Und auf der Rechtsverteidigerposition. Beziehungsweise der rechten Schiene. Herrscht ebenfalls noch Unklarheit. Denn der Vertrag von Mitchell Weiser läuft aus. Ich gehe Stand heute jetzt davon aus. Dass er den Vertrag nicht verlängern wird. Und Bremen verlässt. Kann auch anders kommen. Deshalb habe ich mich jetzt zumindest mal nach einem potenziellen Nachfolger umgeschaut. Und bin da auch auf eine relativ logische Variante gekommen. Ist jetzt mit Matthias Bader vom Namen her nicht die klangvollste Lösung. Aber ich glaube es wäre definitiv eine solide. Der hat einen Marktwert von 2,2 Millionen. Spielt bei Darmstadt. Die werden kommende Saison absteigen. Und wie es eben üblich ist die besten Spieler dann abgeben. Bader zählt für mich da definitiv dazu. Der hat ein Tor, zwei Vorlagen diese Saisons geliefert. Generell in den vergangenen Saisons recht stabile Zahlen vorzuweisen gehabt. Zum Beispiel in der Saison 2021. 2022 ein Tor, neun Vorlagen in der zweiten Liga. Das kann sich definitiv sehen lassen. Er ist ein solider Spieler. Fällt in der Mannschaft nicht so ab wie andere. Und er bringt wie ich finde stabil seine Leistung. Hat jetzt keine krassen Ausreißer nach oben. Aber auch nicht nach unten. Und wenn die ganze Mannschaft zum Beispiel reinscheißt. Wie gegen Augsburg oder Mainz. Bader bringt einfach seine Leistung. Und ich glaube generell das ist ein Spieler. Der sich immer so ein bisschen an das Niveau seiner Mannschaft anpassen kann. Und dementsprechend fände ich den Schritt zu Bremen recht sinnvoll. Kann die rechte Schiene definitiv gut beackern. Ist auch defensiv stabiler wie ein Weißer. Offensiv kann er natürlich nicht das bieten was Weißer bietet. Aber das wäre auch ein sehr unfairer Vergleich. Und Weißer wird sich nicht umsonst bei größeren Vereinen umschauen. Also gemeint sind natürlich aktuell bessere Vereine. Nicht größere Vereine. Da wird es glaube ich schwierig wenn man bei Bremen spielt. Da soweit mal meine Gedanken und ein paar Vorschläge. Wie Bremen den kommenden Transfersommer angehen könnte. Schreibt mir gerne eure Meinung zu meinen Vorschlägen. Oder noch eigene Vorschläge zu anderen Spielern. Oder anderen Positionen wo er bedarf steht in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.